Ho! 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 Schnell! Blende frei, nein! Zagui! Ja! Ho! 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 Das Gefühl der Sehnsucht! Janik von Wiesiberg! Schweizer Meister. Das Größte, das du erleben kannst. Man schaut jahrelang die Stars an. Und eines Tages darf man wirklich tätig stehen und mit ihnen singen. Wie wird es am Start gemacht? Einfach mal mit der Kinder locker bleiben! Ja! Und dreht dein Vater um zu beten. Also ich gehe hier Sie auf. Ja, la, 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 ya, la, 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 la. Und steht dein Vater um zu beten und gehe ab. und dem Herrn Gottage ruft. Ich meinte immer, die Schweizer Schweizer Säge zum nächsten Mal mitmachen können. Aber jetzt ist es etwas Heeres. An der Expo könnten wir die Schweiz vertreten. Wo hast du denn noch? Shanghai. Dann hast du mir die Stabe fressen. Alles ausgebucht. Wir erwarten es einfach zu viel. Ich kann nicht jemandem Freude bereiten, wenn ich selber nicht mehr Spass daran habe. Ich habe einen Hobbyjob. Mit etwas zehre ich mir den Arsch auf und sonst bleibe ich ganz daheim. Warum ist das immer noch unser Hobby? Wir dürfen nicht gewinnen. Das ist der Fehler, der er gemacht hat.